Ja, viele Grüße aus Berlin. Heute ist Montag, der 11.07.2016 um 11.28 Uhr. Ich bin ein bisschen spät dran, aber nicht, dass ihr denkt, ich habe das eben gepennt oder so. Nee, ich war schon unterwegs. Ich bin um kurz vor acht aufgestanden und war schon beim Sport. Halbe Stunde laufen, dann noch ein bisschen mit dem Rad hin und her und dann habe ich schon ein bisschen was gearbeitet. Jetzt war ich gerade im Bad und jetzt werde ich wieder nach draußen kurz zur Post fahren, da ein Paket nach Österreich schicken, ein paar Briefe in die ganze Welt und dann vielleicht noch ein, zwei Sachen einkaufen. Ja, und dann am Nachmittag durcharbeiten bis heute Abend. Heute Abend ist dann wieder Serienabend. Nach, glaube ich, drei oder vier Wochen Pause endlich mal wieder fahre ich nach Neukölln. Da werde ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein und freue mich schon, ein bisschen Bewegung zu bekommen. Wir gucken heute weiter Daredevil auf Netflix und mal gucken, wie es so wird, wie es Ada, Jasper und den Kindern so geht. Ja, und das ist mein Tag. Also wie gesagt, jetzt zur Post, dann noch ein bisschen arbeiten, arbeiten, arbeiten und heute Abend nach Neukölln radeln und irgendwann dann auch zurück. Fußball vielleicht als kleines Keyword, um die Zuschauerzahlen ein bisschen nach oben zu kriegen. Ja, Portugal hat gewonnen, Frankreich hat leider verloren in der Nachspielzeit. Ich kling schon fast, als ob ich Ahnung oder Interesse daran hätte. Ahnung davon oder Interesse daran? Ja, genau. Aber dem ist nicht wirklich so. Ich habe gestern das Spiel ab und zu mal auf dem Fernseher angeknipst, während ich noch ein paar Sachen erledigt habe. Und naja, war halt Fußball. Nicht so bewegend, als wenn Deutschland gespielt hätte, ist ja klar. Und der Ronaldo ist ja wirklich ein richtiger Bleppo. Also der sieht vielleicht gut aus, aber was der sich da einen abhampelt und dann mit in dem Trainerbereich rumspringt und irgendwelche Befehle rausbrüllt, denkst du ja auch so, sag mal, ein bisschen verstrahlt ist der Junge schon, oder? Naja, egal. Mehr gibt es, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Und ich melde mich dann morgen Vormittag wieder bei euch. Also bis dann. Tschüss!